Sie waren eigentlich vor dreieinhalb Jahren die ersten, die hierzulande in Englisch produziert haben und sich damit auch ins Ausland gewagt haben und hatten damit prompt einen riesen Erfolg. Die ganze Musikszene hierzulande war damals stolz auf AlphaVille, stolz auf Big in Japan, die aktuelle Single bei uns auf Platz 7, Jerusalem. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Und Tschüss. 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 Tschüss.